Ja, das was heute am Himmel passiert ist, das ist ein wirklich seltenes Ereignis und genau genommen ist es nicht nur ein Ereignis, es sind gleich drei außergewöhnliche Himmelsereignisse zusammengekommen. Eine Blutmondfinsternis, ein sichtbarer Supermond und zeitgleich auch ein blauer Mond. Dieses Spektakel nennt sich dann Superblaublutmondfinsternis und das hat es zuletzt vor 150 Jahren gegeben. Was das mit der Geburt eines Schlumpfes zu tun hat, von wo aus dieses Himmelsspektakel von der Erde aus zu sehen war und warum uns dieses Phänomen für zukünftige Mondmissionen in die Freizeit sein kann. Jetzt in Clixoom Science & Fiction, herzlich willkommen! Ja, übrigens auch wieder ein Themenvorschlag von Whatsapp, ganz viele haben da gesagt macht dieses Thema und hier ist es, wenn ihr auch bei Whatsapp dabei sein sollt, der Link ist dann am Ende des Videos und unten in der Videobeschreibung. Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen, im Januar gab es gleich zweimal einen Vollmond. Dieses Phänomen wird auch Blaumond genannt und ist schon ziemlich außergewöhnlich. Wohl deswegen gibt es in der englischen Sprache auch das Sprichwort Once in the Blue Moon. Wer damals die Fernsehserie die Schlümpfe gesehen hat, weiß jetzt auch, dass ein Schlumpf vielleicht jetzt auf die Welt kommt und ja, der Mond steht der Erde gerade besonders nah. Er erscheint viel größer am Himmel und so kam zum Vollmond auch noch das Phänomen des Supermondes dazu. Und das ist gerade am frühen Nachmittag europäischer Zeit passiert, genau wie übrigens bereits am 3. 10. Dezember und auch schon Anfang Januar. Der Mond also ist also der Erde ungewöhnlich nahe gekommen. 364.000 Kilometer haben uns getrennt, nur damit ihr es besser euch vorstellen könnt. Die mittlere Entfernung liegt bei 384.000 Kilometern. Langfristig wird solch ein Zweierday zwischen Mond und Erde immer seltener vorkommen, denn die Bahn des Mondes entfernt sich jedes Jahr um etwa 3,8 Zentimeter von der Erde. Jedenfalls steht fest, dass die gemessene Helligkeit des Mondes bei solch einem Supermond um etwa 30 Prozent größer ist als bei der durchschnittlichen Entfernung. Als würde das nicht reichen, hat sich zudem super und blauen Vollmond auch noch etwas rot dazu gemischt. Denn in derselben Nacht gab es jetzt, also jetzt, also bei uns am Tag gab es laut US-Raumfahrtbehörde NASA auch eben eine totale Mondfinsternis. Der Mond scheint dunkelrot und wird in diesem Zustand als Blutmond bezeichnet. Der Grund? Die Erde schiebt sich zwischen Mond und Sonne und wirft ihren Schatten auf den Mond. Später verdeckt sie in ganz die Erde, schirmt also die Sonnenstrahlen ab. Doch einige werden von der Erdatmosphäre gebrochen und zum Mond geworfen. Dies sind langweilige Infrarotstrahlen, die den Mond in die geheimnisvolle Gestalt des Blutmondes hüllen. Genauso übrigens wie beim Sonnenauf- und Untergang, da wird das Licht der Sonne ja auch rot. Und etwas korrekter als die Bezeichnung Mondfinsternis, wäre also so etwas wie Mondrötung. Der Begriff Blutmond deutet es ja schon an. Für die NASA war das Ereignis übrigens jetzt ganz besonders spannend, denn diese Mondfinsternis bietet die Möglichkeit zu erforschen, was passiert, wenn die Mondoberfläche sehr schnell abkühlt. Dadurch wollen die NASA-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Neuerkenntnisse zum sogenannten Regolith, also dem Lockermaterial, gewinnen. Das ist grob gesagt das Gemisch von lockerem Gestein und Boden auf der Mondoberfläche. Dazu einer der beteiligten Wissenschaftler Noah Petro von der NASA. Während einer Mondfinsternis ist der Wechsel der Temperatur so krass, dass es so aussieht, als würde die Mondoberfläche von einem Ofen zu einem Gefrierschrank übergehen und das innerhalb weniger Stunden. Das NASA-Team hat das Himmelsphänomen vom Haleakala-Observatorium auf der Insel Maui in Hawaii beobachtet, Zitat, der ganze Charakter des Mondes verändert sich, wenn wir ihn während einer Finsternis mit einer Wärmebildkamera beobachten. Im Dunkeln können viele vertraute Krater und andere Merkmale nicht gesehen werden und die normalerweise unscheinbaren Bereiche um einige Krater beginnen zu glühen, weil die Felsen dort noch warm sind. Ja, das sagt der Weltraumphysiker Paul Hayne. In welchem Tempo die Oberfläche Wärme verliert, hängt von der Größe des Gesteins und auch der Materialeigenschaft ab, je nachdem wie porös es beispielsweise ist. Diese Informationen über die geologische Beschaffenheit des Mondes können jetzt zum Beispiel genutzt werden, um geeignete Landeplätze für zukünftige Mondmissionen zu identifizieren. Wir in Europa konnten das Ereignis nur indirekt über das Internet beobachten. Die drei Himmelsereignisse waren lediglich in Neuseeland, Australien, Ostasien und im Westen von Nordamerika perfekt zu beobachten. Und zwar mit bloßem Auge. Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis ist das nämlich dann möglich. Übrigens, die nächste Mondfinsternis wird es Berechnungen zufolge wohl am 27. Juli dieses Jahres geben. Ein kleines Geburtstagsgeschenk für mich und die wird dann auch aus Europa zu sehen sein, wenn das Wetter mitspielt. Im Sommer wird der Mond allerdings sehr klein sein und auch der Termin für den nächsten super Blau-Blutmond steht schon fest. Astronomie-Teams haben ihn auf den 31. Januar 2037 datiert. Mal sehen, ob wir ihn dann auch hier in Europa live sehen können. Wenn ihr die Berichte dann 2037 hier auf Clixoom als Erste sehen wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Clixoom mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit Helium 3, Abbau auf dem Mond, China als Erster. Ansonsten bis dann, bleibt dran!